Wir machen einen Spaziergang zu Ali und Nino. Hier Ali und Nino. Das erste Mal, dass ich mit ihm einen Spaziergang mache. Super. Ich habe nämlich gar kein Futter dabei. Also es gibt auch keine Belohnung, dass er mit mir hierher gegangen ist. Es gibt erst heute Abend was. Aber ich dachte, es ist gut, wenn er sich ein bisschen bewegt, der kleine Dicke, weil er einfach zu dick ist. Hier sind die Leute im Wasser. Ja, ich war gestern auch mit den Füßen oder vorgestern und das Wasser war früh warm. Also hier war ich schon eine Weile nicht mehr. Von hier sieht man auch normalerweise ganz gut Delfine, wenn irgendwelche Delfine da sind. Aber heute sind nur irgendwelche Fischer da. Da liegt mein Bobole. Toll, wie der mit mir spazieren gegangen ist. So, der hat jetzt seine Angel ausgeschmissen. Obwohl es so heiß ist, hat er das gemacht mit mir. Finde ich klasse. Und jetzt gehen wir nämlich wieder zurück und dann tue ich ihn wieder da abliefern, wo ich ihn gefunden habe. Nämlich in einer Sandkohle auf dem Spielplatz. Es war eigentlich gar kein Spielplatz. Das ist so ein Trainingsding. Das ist so ein Trainingsding. einmailer Das mit ihm. Wie martet emp Afterdem in eine Sandkohle auf die Ebene wird зал zu Hause, dass ich weiß was ganz groß ist.